So macht man einen heißen Ölauszug, zum Beispiel Kamillenöl. Ich zeige, wie es geht. Man braucht für etwa 200 ml Ölauszug, 220 ml Pflanzenöl und eine Handvoll Kamillenblüten. Die Zutatenliste findet ihr auch in der Infobox und auf meiner Webseite naturkosmetik-selbstgemacht.de. Generell lässt sich sagen, dass man sowohl frische als auch getrocknete Kräuter zum Salbenkochen verwenden kann. Frische Kräuter finde ich persönlich besser zum Salbenkochen. Aber gerade im Winter ist es oft gar nicht möglich, an frische Kräuter zu gelangen, außer beispielsweise gekauften Ingwer- oder Efeublätter. Bei anderen Kräutern habe ich auch im Sommer nie genügend Ernte, um davon Salbe zu kochen, selbst wenn ich im Garten ein Plätzchen dafür reserviere. Das trifft zum Beispiel auf die Kamille zu. Und natürlich gibt es auch exotische Kräuter, die man nur getrocknet bekommt, wie zum Beispiel diesen Sternanis. Die Kamille und das Öl gebe ich in einen kleinen Topf. Diesen Topf stelle ich bei niedriger Hitze auf den Herd. Dann warte ich, bis das Öl anfängt ganz leicht zu kochen. Jetzt stelle ich den Herd noch niedriger, damit das Öl wirklich nur ganz zart vor sich hin köchelt. Nun lasse ich die Mischung etwa eine halbe Stunde lang köcheln. Dann nehme ich den Topf vom Herd. Jetzt seie ich das Öl ab und gieße es dabei in ein hitzefestes Gefäß. Das abgefilterte Öl gieße ich in eine dunkle Flasche. Es hält sich etwa ein Jahr. Viel Spaß beim Nachmachen und gutes Gelingen! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.